da kann man ja wieder neu kwestie annehmen von abern gibt es ein problem unsere stadt jetzt ja wir haben die eroberter so schützen knochen vor flüchen ich habe nie viel von solchen geschichten gehalten aber wenn die leute deshalb hier bleiben trage ich sie gern ich habe keine leute für die jagd aber ich habe geld ich gebe es euch wenn ihr ein paar knochen einer jacke ich habe geld sammeln dann habe ich noch der quiz gesehen wenn ich meine stadt hier so der wäre alles sicher von diesem fleisch ich habe einfach weg gerannt hinter hier sein blutverschmierter brief meinen sonnenstrahl alles klar blut und schweiß müssen wir machen sucht nach der kleinen tour ja ich muss warten ja ich kann die fetten jetzt auch weg kam ich sehe hat ja nicht er sagt mir hat irgendwie nicht wenn ich irgendwie jeden hören rang ab doch jetzt doch hier ansturm jetzt hochgelabelt da ist das gewählt nicht mehr das ja unten man sagt nur dieses kleine gebiet hier sehe ich gerade sehe ich ich kann damit irgendwie nicht interagieren ich auch nicht noch mal da könnte ich auch nicht machen ja dann im stein ich sehe hier naja zu teilen geister wenn du dieses kleine gebiet hier ich muss mal knochen sammeln ich weiß nicht was das spiel von uns gerade okay jetzt an der truhe mit der kann ich auch nicht interagieren hiermit sind ersatz verkürzt der berg bergwerkzeuge ich konnte die truhe nicht öffnen ja es war in der nähe seien beide da habe ich nicht da müssen wir weitergehen natürlich geht haben wir ja auch nicht dann gehen wir weiter ich weiß nicht wo die tante ist noch immer zur nächsten quest heute nicht geht auch hier macht denn hier oben hier war so ein ding zum untersuchen wenn komme ich denn jetzt darauf knochen auf das ist ein quest gegenstand rauskommt ja ich weiß nicht wo der zweite teil davon ist aber hier mal ein anderes gebiet doch sondern von einer quest geht bei knochen sammeln hat sie klingt auch viel interessanter und mehr nach wenn ich meine kette bauen hast du nicht haben vielleicht strafe naja du bist wie charlie das lama eigentlich hat sich ja auch ein fleisch drachen da haben wir 20 sperren hier abgeworfen da sind eine menge knochen ja 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 die leiche da fällt in den abgrund da unten da ist ja 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 ich habe mich auch noch eine ich habe diese schlange weg das ist ein feiner hat er dann zwei ja da ist so einer der mit so zwei ex irgendwie haben du wäsen ist knochen knochen was sie gesehen wie ich da ausgewichen mit dem letzten moment also mit dem sprung angriff von dem ein und der spieler der spieler hat auch schon direkt irgendwie angegriffen hat er mich gesehen hat er weiß halt was los ist warum das schlangen sein was er was gegen spinnen dann hier nicht gegen schlangen wo das zirkel hautsch das ist nicht nur ein knochen bei euch noch ich habe ich muss man auch noch mal irgendwann kaputt schon mal die er kaputt aber wir kommen gar nicht durch gehen wir schon mal weiter jetzt können wir einander mal abgeben so wird man die hauptwest hier zu erreichen ja noch voll weit entfernt glaube ich gerade mal so die hälfte fast pferdchen ich wohl auch ein königreich war ein pferd nicht unbedingt mein königreich aber irgendein königreich warum denn auch schon wieder quest naja jetzt kommt wenn ich natürlich kommen jetzt spenden schlagen dann spenden logische schlussfolgerung fast milliarden in teuer acht beine weg ja bestimmt merkwürdiger sind fließt auch bestimmt wieder auf die heraus hier noch keinen bauch ja auch nicht davon wir können die ansonsten durchstellen ich muss machen nein ich bin gefangen ja ja linker schlechter ist weiter reichen ich muss machen was macht er da diese elenden toten behalten ihre geheimnisse für sich verrattende knochen nutzlose lügler das ist rassistisch sie hatten das privileg den grinsenden zu kennen seine geschenke zu machen meine geschenke kriegst du nicht unwürdig allesamt ich habe ihren staub gesehen ja das erklärt so einiges junge keine antworten nichts nur ja klar das grenzen denn nicht würdig vielleicht könnt ihr richtige knochen oder gerade schon knochen gesagt bringt mir ihren staub recht das speichern ich glaube jetzt ab wir setzen wir hin im junkie drogen zu fehlt ja nur ogein hat die kraft wenn sich die kraft wird ich was 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 war ein eisenbrüder booshafter zerquetscher ja den nehme ich bitte na gut wir helfen der mit einem fix kollege was man ja nicht will das leben noch ein staub da bleibt ja ich bewahre unsere tradition die alten tradition und war ich bin unbewegbar ich bin schon wieder gefangen wenn ich genau da war schon eingesammelt alles so knochen mäßig ich habe ja keinen blauen dings mehr die quest heißt mohn phasen ja dann kommt zurück ich warte beim junkie ich habe den knochenstaub schaffen darf ich auch mal danke er ruft nach mir natürlich tut er das was passiert mit dir wieder mit dem reden das ewige geschenk des alten das ist es das habe ich gehört wer weiß mir euren wert und empfang mein ewiges geschenk sind wir jetzt gegen junkie kämpfen noch nicht noch nicht jetzt nicht in der dämonenform einfach nur gegen den auf den fuß genießt seine pracht mit eigenen auf seht wie seinen wert unter beweis stellt hat so kommt das ding kaputt ich hab ja drauf geschossen da war ich noch in einer cut ziehen warum zerbricht er doch immer wir sind bei mir immer noch hier ein quest symbol muss er noch mal mit dem reden jetzt kann ich mit dem reden ja ich musste zwei mal mit dem reden ich muss warten ich muss mich zu Hause das quest mit dem unsere quest mit dem junkie ist noch nicht vorbei noch viele rei müsse beibringen kann das lächelt zurück so ein blauer kreis direkt voraus also eine andere quest die alten traditionen waren auch drauf zeigt der ohr einen statue dass sie traditionen erwartet dafür müssen wir machen wir machen wir machen wie macht man nochmal größe danke da müssen wir ja machen eure knochen verraten euch weil dienen sie fehler sein ja ich brauche mir hat sich was getan ich habe ja gesagt wenn ich sag mal ja wir müssen nach rechts und dann habe ich da ja nein winken mir steht danke tschüss jubeln folgen hilfe ja doch mal eine schultertasten kann sagen ich wechseln so mehrere ich bin ich habe ja schon hier leer verspotten entschuldigung hilfe jubel tschüss brecht nichts oder habe ich da nur bei mir gemacht bereits habe ich leer alles habe ich da mal da reingepackt immer auf anpassen ich habe nur ja gesagt irgendwie ja ich kann nicht ja sagen ja 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 habe ich nicht so gewesen dann macht auch mal irgendwie also ich habe ja gesagt dann habe ich mir bei mir in der truhe aufgetaucht ja jetzt habe ich hier wieder was neues entdeckt zeigen winken was sport schwingen des schöpfers weißt du denn schon werfen sachen ja das ist durch die ultimative edition nicht mehr wo es ab hier das muss ich mir mal richtig ansehen sie ist ja dann ja okay ich fühle bei einem typen naja tschüss der jugend an ich das nicht auch zu weiß ich mal wie ich das gemacht habe meine klicks auf 1 dann kannst du wählen welche taste und welche richtung plus von prozent schaden des typ physisch ja einfach nur jagen sagen danach ist eine truhe aufgetaucht bei mir was ich habe eine richtung andere reihenfolge oder so war ist bei dir hier ist irgendwie eine truhe aufgemacht ja ja muss einfach nur wo der stadt ja sagen dann kriegst du ein geschenk geil so warte mein ja naja jetzt müssen wir mit dem junkie wieder reden jetzt weiß wie der warte für im mozars noch neuer war schon tot kann sie sagen auch nicht mein gott das stammte ich weiß ich bin nicht bereit der blätter sind riesig und ich kann nicht noch schneller haken und dann werden noch mit blättert mehr physischen schaden ja zünder ich nenne ihn zünder mein charakter gibt den einfach komplett unoffiziell namen leid ich sehe ich muss ich muss also mal genug leute ja er liebt es ist gerade ja gut wie er so voll die entspannte musik im hinter und läuft mit so einem pferd irgendwie durch so eine stefe reiten jetzt ganz schön angeschlagen ja ich glaube ich wäre ja statt dem weg ab das schwert heißt das ende daniel das kann gut sein da und da ist ein besserer helm nämlich auch das ist noch legendäre sachen ausrüsten auch wenn ich bessere goldene sachen bekommen in den ganzen bonus ich habe immer gewechselt wenn ich bessere goldene sachen bekommen habe von dem werden ja mache ich auch da glaube ich nicht so gut wenn wir sagen immer coole sachen geben ja für fähigkeiten die wir gar nicht benutzen ich muss machen manchmal okay also wie schon gesagt ich bin gerade mit dem am reden immer seine kühe also sollte er irgendwo hier vielleicht ein junkie es wäre ja anders ich hoffe ja sehr dass nichts damit geschehen ist helft mir beim suchen wir müssen helfen was zu suchen ich habe mich aufgefasst irgendein erbstück auch hier sind ein paar trommel ich habe es gefunden sie ist schon vor einiger zeit gestorben sie hat mir davon erzählt naja hier selber denn er war kein ja ja morgen zum euro wir suchen irgendwas unser nächster Ja also eingesammelt ich bin noch nicht bereit und ich nehme an daten bei sachen hätte er nicht auch selber finden können der regen scheint nicht jetzt sein ich bin aus dem stuhl gefahren lachen ich dann hier ist gefährlich ich habe euch vor büran belauscht während ihr pausenlos von einem unschätzbar wertvollen ring gesprochen hat und ich doch selbst mit der bombe aufrücken das war der katzen abfall explodiert meiner familie gehört nach dem tod meines onkels geht er mit fug und recht an mich über damit er an mich übergehen kann was schnappt ihn euch mein gott der sprenger ist weg sie hat den regen wir waren echt beeindruckend dass ihr mich gerettet habt das ist so typisch für ihn ich wette er lacht sich von den brennenden höllen aus über mich kringelig wisst ihr was behaltet ihn einfach bringt ihn doch zu diesem seltsamen händler in der brodelnden ebene wie ich höre sammelt er allen möglichen wertlosen tant wie diesen vielleicht gibt er euch ja etwas dafür ich werde einfach allein nach hause finden ich brauche etwas einsamkeit ziemlich doofe idee von jetzt bestimmt für 20.000 mal weiter im text nur auf der suche nach der haupt quest irgendwie weit weg man muss man ja voll den umweg die ganze zeit gehen nicht wenn wir pferde hätten wir haben teilt kurschwerden wird nicht mehr da in dir ich nicht meine schuld ich will auch bei mir mit dem hammer übergezogen ob war okay da müssen wir machen sucht ordnung kader in die reiten darauf na klar heute neue stadt und eine neue quest nein oder müssen wir von oben langen anscheinend und ich bin noch nicht noch keine sorge dass noch eine andere kraft was geht stimmt etwas mit meinem schatz tut stall gelaufen wie ein sohn für mich war für ziege reiten jetzt du kannst du auf der ziege reiten sie nannten mich den ziegen baba wegen deinem gesicht in der stadt bin überhaupt keinen wegpunkt gesehen darum erst mal wieder hier ha immer noch ein bisschen ansehen warum war nix kann ich schmieden ehrlich schmieden ja nix verbessern ich mache das ständig so deswegen die ganze zeit sterben 999 rüstung mit klingt ja noch viel 909 da kann auch sein wir verlesen aber auch schaden was schon sagen ja 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 ich spreche mit ort und was ja du machst gerade mal weit ja 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 ich kann den kurs abgeben erfahrt hat mich nach euch zu sehen mein bruder kader verkauft unsere waren in einem lager nördlich von hier falls ihr auch nach ihm sehen sollte wenn er mitten in einem handel steckt ja ich will das aber hier die andere quest wenn darüber sprechen oder da können wir nur darunter rutschen die wir ja gesehen haben perfekt die siehe doch ich schicke niemanden mehr nach findet frieden darin dass seine leiche geborgen ich frage mich ob ihr das auch sagen diese leiche was war das sie mag ich ich weiß nicht ob sie gefühlt genau das meine ich ob ihre königin denselben schmerz verspürt wenn sie ihre brut verliert dennoch soll es geschehen bringt mir das herz der königin das herz die leiche ist gefesselt damit mich nicht abhaut die quest müssen wir uns ein andermal kümmern weil die sind alle nicht auf dem weg da wo wir gerade schon war ja aber nicht jetzt wollen die hauptquests machen wegen pferde und 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 weil wir die welt trennen nämlich alle weises leben an diese ziel macht gerade einen großen fehler die hat die sicherheit der stadt verlassen wo wir nicht angreifen können sobald sie draußen war wenn ihr nach monaten der isola noch ein bisschen dann sind wir da ich möchte fliegen grüne schmetterlinge hallo tränke ich habe mich nicht mehr automatisch wir sind verloren jetzt muss ich sterben punkt den muss ich mal sofort ausgehen macht so entschuldige was aber habe ich jetzt auf einmal 214 stärke hat du bist gewachsen ich habe 84 gab von der stunde jetzt hast du 240 passiert durch deine ausrüstung was weiß ich nur nach dem boden soll nicht schlecht durch gegenstände 139 wenn du hat sagt spiel und willst aber stimmen hier ist sie schon unser abenteuer mit loaf wieder weiter dann wird sein pferd ich da jetzt schon dann genau so lang ist und schrecken verbreiten jeden der namen hört schon wieder eine stadt ok das ist ein ganz anderes gebiet da ist ja kann man auch wieder einen trank bekommen so ab altes haus wie geht sie stets habt ihr das überlehrers plastin erfahrung gebracht eigentlich nur gerüchte die menschen hier sprechen von einem zauberer der in einem weil du wirst nicht erraten was wir auf dem weg ja alles erlebt hat ewigen sandsturms einer dieser nomaden könnte uns hinführen sie kennen das land besser als andere ich höre sie ich muss mich irgendwo konzentrieren und ihre stimme der schreiber sehr witzig sucht jemanden der uns führen kann ich hole etwas und heißer zu helfen ok sucht nach einem reiseführer ok mit dem zuerst ab du es so wie man nämlich durch den sand stammeln führen kann die war so ein verpacktes fähig wie in star wars da kann ich ja auch die man da ist nicht so gedacht hat die sich so bewegen diese komischen reitviecher in star wars das ist dann ihre natürliche bewegung ihr findet hier niemanden der narrisch genug ist um diese anfrage anzunehmen gibt auf und bleibt einen tag länger am leben war niemand will unser reiseführer sein warum nicht warum nicht so nun bei mir wollte gerade einen haken gesellschaft passiert denke jetzt musst du erst machen ich habe einen ruhigen ort gefunden an dem sie sich darauf konzentrieren kann dariels präsenz zu kontrollieren wer hat sie umgebracht ist es sicher sie hier zu lassen die store als blind durch die wüste zu stolpern zumindest bis wir einen zuverlässigen führer finden mein führer weiß zum flussofa ich will hier rein ich nehme schon die christian die laden setzt sie auf dem kissen man eine schuld zu begleichen haben mich überfallen haben mein knie zertrümmert nein gestorben während die eisenwölfe mich auch er war mal ein abenteuer bevor sein ja jetzt hat er ein schnieter drüber der her getragen sie hat mein leben gewettet ich möchte ihr dafür dieses amulett es ist alles was ich habe sie wird wieder in ihrem lager das ist aber kein derus sein lief aber wir sind schnappen uns dann wieder jungen rennen einfach damit weg es passt ja auch so schön zu meinen augen ich habe keine augen ich sehe mit meinem wohnen starte so nichts ich könnte eure hilfe gebrauchen ich habe in den minen gearbeitet bis diese schweine geburten von band sie haben uns abgeschlachtet und außerdem lebt sie denn dann noch sind kaum lebend rausgekommen und jetzt haben sie die kassette im gesamten lohn solche kassette in der schlüssel wenn ihr medikas video kassette ne gebe ich euch ja einen anteil du hattest mich schon bei allen teil das ist eine vhs ja dann das heißt jetzt nicht mehr ufo oder oder oben ist ein wildschwein lebensbalken er ist ja ein feind du klone du hattest mich schon bei allen du hattest mich schon bei allen